Der FC Augsburg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga voraussichtlich vorerst ohne Verteidiger Ries Oxford auskommen. Der 20 Jahre alte Engländer wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes, der FB, wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall für Dreipunktspiele gesperrt. Oxford wurde am Samstag bei der 1 zu 5 Niederlage des FK beim SC Freiburg von Schiedsrichter Tobias Welz, Wiesbaden, in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen. Die Sperre Oxfords verschärft die ohnehin kritische Personallage beim Viertletzten. Anzeige gegen das Urteil legte Oxford jedoch fristgerecht Einspruch ein. Dieser wird am kommenden Dienstag, 5 März, mündlich verhandelt. Im kommenden Spiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Freitag, Bundesliga, 24 Spieltag, FC Augsburg, Borussia Dortmund ab 20.30 Uhr im Live-Ticker, fehlt der Engländer allerdings auf jeden Fall. Augsburg weiter ohne Finn Burgerson Zudem müssen die Schwaben im Heimspiel gegen den BVB auch auf Torjäger Alfred Finn Burgerson, 10 Saisontoure, verzichten. Zumindest können sie auf die Rückkehr von Angreifer andere Hahn hoffen. Bei ihm ist es am wahrscheinlichsten, der Rest ist offen, sagte Manuel Baum am Mittwoch. Meist gelesene Artikel 1 Fußball-Bondesliga, das ist Heidels Erbe auf Schalke 2 in Fußball-Ali Gabel, der einsame Prügelknabe 3-Fußball-Bondesliga-Selke startet durch, bis zu Löw. Vier-Fußball-Transfer-Markt-Transfertiger. Nächster Klub steigt wohl in Jovic-Bucke ein. Fünf-Fußball-Bondesliga-Gymes verrät seine besten Trainer. Der Trainer sieht sich und seine Mannschaft nach dem blamablen 1-5 beim SC Freiburg klar in der Bringschuld, vor allem unseren Fans gegenüber. Der Saisonsverlauf habe gezeigt, egal, wer kommt, wir können jeden schlagen. Allerdings besser mit Finn Burgerson, mit ihm holte Augsburg 13 Punkte aus 14 Spielen, ohne ihn fünf Punkte aus neun Spielen. Jetzt das aktuelle Trikot vom FC Augsburg bestellen, hier geht's zum Shop. Anzeigesiege sind zuletzt selten gelungen. Nur eines ihrer vergangenen 14 Bundesliga-Spiele haben die Augsburger gewonnen. Sie liegen mit 18 Punkten aus 23 Spielen auf dem 15. Tabellenplatz, zwei Punkte vor dem VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang. Wir kommen da gemeinsam raus. Ich beschäftige mich auf keinen Fall mit dem Abstieg, versicherte der österreichischen Nationalspieler Michael Gregoritsch. die Untertitelung des ZDF, 2020